Sie kommen auf eine Baustelle und schauen sich an, wo ist denn der Fahrer? Ich sage, da habe ich doch, das ist nicht der Richtige. Ich sage, ich bin ein Lorto, kommt öfter mal. Meine Freunde sagen immer, ich sehe mich in den Lenkrad nicht, das sagt die Mama auch immer. Manche schätzen mich so ab 15, 16, aber wenn sie damit zum Ding herfahren, dann schauen sie alle blöd. Egal ob groß oder klein, dick oder dünn, der Charakter und vor allem das Truckerherz zählt. Und das schlägt bei Elias zu 200 Prozent. Definitiv. Wenn ich jetzt neu bin und ich kenne den Weg nicht, dann bleibe ich an einer Stelle stehen, wo wir jetzt hier, jetzt darf ich nochmal ein bisschen zurücksetzen, dass das Auto rauskommt, da darf ich mal aussteigen, da darf ich mir den Weg anschauen, ob wir da reinfahren können oder nicht. Weil wenn sie die irgendwo reinfassen, fahrst du fest und du hast nichts, dass es wieder rauskommt.